Yo, hi Leute, hier ist euer Mr.Kantin und mein Name ist Raphael und ja, willkommen zu meinem, ähm, ja, Taler-Gewinnspiel. Also, es ist so, ähm, ich hab 600 Taler und ich sag, ähm, beim ersten Platz gewinnt man 300 Taler, beim zweiten Tal, zweiten Platz 200 Taler und beim dritten Tal 100 Taler, sind insgesamt 600 Taler. Und ja, egal auf welchen Server ihr seid, ihr könnt's mitmachen, weil ich hab die Taler jetzt noch nicht eingelöst, ich hab sie da noch drauf. Und ja, was ihr in diesem Gewinnspiel also machen müsst, ich geb euch jetzt die Aufgabenstellung, also ihr müsst ein kleines Gedicht oder eine Geschichte schreiben, über Nostel natürlich und es müssen diese zwei Charaktere vorkommen, ähm, ein Boogie und ein Magier. Genau, diese zwei Charaktere müssen vorkommen und wie die Geschichte, ähm, schreibt oder, oder wie ihr sie schreibt, ähm, wollt, ist scheißegal, ihr müsst natürlich einen Schluss haben, nicht irgendwie in der Mitte irgendwie etwas und dann, kein Schluss und nichts und so. Natürlich muss den Schluss haben, ein bisschen längeres Gedicht, dann kürzeres, es muss natürlich den Sinn ergeben und so. Und ja, und wie ich das machen werde, ist, ähm, ich persönlich werde die 10 besten Gedichte raus suchen und werde dann immer 3 Geschichten oder 4 Geschichten in einem Video rausholen, also, ähm, in einem Video, ähm, präsentieren. Und dann werde ich, äh, Geschichte Nummer 1, dann Geschichte Nummer 2, 3, 4 und dann müsst ihr eure Favoriten aussuchen und dann schreibt, sag mal, Geschichte oder Gedicht Nummer 1 gefällt mir oder Nummer 2 und die, die Geschichte, die am meisten Likes hat, also, du weißt schon, die, die am meisten gefällt, sag mal, Geschichte Nummer 7 gefällt am meisten. Und dann Nummer 1 und Nummer 3, dann ist Nummer 7, erster Platz, Nummer 3, zweiter und Nummer, weißt nicht mehr, dritter Platz. Und ja, und ihr könnt es dann selber aussuchen, wer dann gewinnen wird, also, ihr persönlich entscheidet dann, welche Geschichte ihr euch am besten gefällt. Ich werde nur die besten 10 Geschichten selber auswählen, aber ihr wählt die 3 besten selbst aus, die die einfach jetzt verdient haben, ähm, die Teile zu gewinnen. Genau, und, ja, jetzt schreibt sie einfach unten, unter diesem Video, schreibt sie einfach eure Geschichten oder Gedichte über ein Magier und ein Boogie muss vorkommen. Und, ja, ich drück euch die Daumen und, ähm, ja, am besten wäre, wenn jeder gewinnen könnte, aber es geht leider nicht, es muss ja ein Konkurrenzkampf sein, weil sonst macht es euch keine Mühe und so und deshalb, ähm, ja, viel Spaß beim Gedichte verfassen und bis zum nächsten Mal. Ciao! .